Grüß euch, heute möchte ich euch gerne den Soft for Young Living vorstellen, den Ninja Red Saft. Ich habe meinen Trinken des Ninja Red Safts begonnen, weil ich einfach mehr Wohlbefinden für mich wollte und ich habe gehört, dass er den Verdauungstraktor unterstützt, dass er das Immunsystem stärkt und dass man generell mehr Energie bekommt durch diesen Saft. So schauen die Flaschen aus bzw. gibt es auch so kleine Einzelpackungen, auf die kann man später noch so sprechen. Ich nehme jetzt seit 3 Monaten den Soft täglich 30ml zu mir, da nehme ich mir so einen Stammbau her, das fülle ich mir bis auf und das trinke ich dann noch ein wenig. Seit 2 Wochen mache ich es so, dass ich den Soft verdünne, also ich nehme so viel Soft und tue ihn dann mit Wasser aufspritzen, weil wir generell eh zu wenig trinken im Tagesverlauf und der Saft einfach dann besser in die Zelle kommt, wenn er ein bisschen verdünnt ist, wenn er ein bisschen flüssiger ist. Ja, das Resultat nach 3 Monaten, was ich jetzt den Soft trinke, ist wirklich erstaunlich. Ich habe viel mehr Energie, ich fühle mich ausgeglichener, bin ruhiger, aber zu den körperlichen Verbesserungen zählt auch, ich habe ein viel schöneres Hautbild, meine Pickel sind viel besser geworden, ich habe weniger auf dem Rücken und dem Gesicht. Ich habe viel mehr Energie, ich komme mit weit weniger Schlaf aus und bin trotzdem noch fit den ganzen Tag und ich bin ja nicht mehr so anfällig für Verkühlungen, gerade jetzt, wo alle anderen dann verkühlt waren und geküscht haben und die Schnupfen gehabt haben, ist das an mir vorübergegangen, ich habe keinen Schnupfen und keinen Husten nicht gekriegt. Ja, dann möchte ich dir noch ein bisschen näher erzählen, was ist Ninja Red. Ninja Red Saft kommt von der Provinz Ninja in China, dort wachsen die Wolfsbären, haben ideales Klima dort und bei der letzten Volkszählung in China hat man festgestellt, dass in der Provinz Ninja sehr viele über 100 Jahre leben und dann ist man darauf gekommen, dass die Leute dort regelmäßig die Wolfsbären essen und die Wolfsbären unterstützen einfach unsere Zelle, verhindern ein vorzeitiges Altern der Zelle und unterstützen die Zelle generell in ihrer Funktion. Young Living hat jetzt dann den Soft rausgebracht und das ist der Ninja Red Saft, der besteht aus Wolfsbärenpüree und zwar der Püree deswegen, es wird die ganze Frucht verwendet, die Schale, die Samen, der Saft und das Fruchtmark natürlich, alles wird verwendet, die ganze Beere. Dazu kommen noch vier reine ätherische Öle, Zitrone, Mandarine, Orange und Yuzu. Des Weiteren im Saft enthalten sind Heidelbeeren, Pflaumen, Granatäpfel und Aroniabeeren. Die Aroniabeeren kennt man ja schon, das ist ja das Wunderheilmittel der amerikanischen High Society, Aroniabeeren, Guccibeeren, wird eben bei unseren ganzen Berühmtheiten sehr gerne verwendet, um die Zellalterung, also der Hauptzellen zu reduzieren. Des Weiteren sind im Saft sehr viele Carotinoide enthalten und Carotin, das weiß man ja, das wirkt sehr gut auf die Augen und auf die Sehkraft, deswegen ist der Saft auch für unsere Augengesundheit sehr nützlich. Ja, so wie es bei mir halt gebirgt hat, mein Mundsystem kann man damit stärken, die Verdauung kann ausgeglichen werden damit und vor allem aber schützt dieser Saft in dieser Kombination unsere Zelle. Er lässt die Zelle weniger schnell altern, er kann kleine Zellschäden eventuell reparieren und die im Saft und in den Früchten enthaltenen D-Limonänen können vor Krebserkrankungen schützen, weil sie auch unsere Zelle schützen und gesund halten. Von Young Living empfohlen wird eine Einnahme von 2 x 30 Milliliter. Ich persönlich habe 1 x 30 Milliliter am Tag genommen, jetzt seit 3 Monaten für mich vollkommen ausreichend. Und natürlich, wer noch schneller und noch einen besseren Effekt erwerben möchte oder erhalten möchte, macht natürlich 2 x 30 Milliliter am Tag. Man erhält folgende Pakete, man kann die Flasche mit 2 Stück kaufen oder man kann auch mehrere Waschen mit 4 Stück oder 8 Stück natürlich kaufen. Je größer das Paket, desto günstiger werden die Flaschen dann natürlich auch. Oder, was auch noch ein ganz super Angebot ist, man kauft 2 Flaschen und erhält dann noch zusätzlich 30 solche Päckchen. Diese Päckchen enthalten 60 Milliliter von Nenchanet Saft und sind besonders toll, wenn man unterwegs ist. Wenn man auf Urlaub ist, wenn man den ganzen Tag auswärts ist, man schleppt keine Glasflaschen mit sich rum. Aber solche Päckchen, die haben man sich gleich einmal Tantosch hinein und kann unterwegs auch von den positiven Wirkungen des Safts profitieren. Danke, dass ihr mir zugekauft habt und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere auch sagt, ihr möchtet gern mit dem Ninja Red Saft zum Trinken anfangen. Ihr könnt es gerne an mich wenden. Ihr erreicht es mir auf Facebook unter klangbalancekarin oder viele haben auch meine Handynummer. Oder ihr schaut es einfach auf meine Homepage www.klangbalance.at. Dann findet ihr auch immer wieder Neuigkeiten und auch Kontaktinformationen zu mir. Dankeschön. Tschüss. 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 Vielen Dank.